Am Sonntag laden wir Sie zu einem ganz besonderen Konzert an einen ganz besonderen Ort. Nach einer Idee von Franz Welser Möst begeben wir uns auf Spurensuche. Das Salzkammergut war immer reich an Musik machen. Die Volksmusik hatte immer einen großen Stellenwert. Das hat auch die großen Komponisten inspiriert. Diesmal erkunden wir den großen Johannes Brahms und seinen reichen musikalischen Kosmos. Mit dabei der österreichische Bariton Raphael Fingerlos, das fantastische Ensemble JFM, der Pianist Sascha El-Muisi und der Schauspieler Michael Dangel. Das Liebste, was ich in meinem Leben geschaffen habe, war die Sammlung deutscher Volkslieder. Auf der Bühne außerdem etwas ganz Besonderes. Die originalen Möbel aus Johannes Brahms, Ischler, Sommerdomizil. Brahms und die Volksmusik. Eine Kooperation mit den Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Sonntag, 20.15 Uhr in Erlebnisbühne. Chor-Kirms-Eing-Tünnel Chor-Kirms-Trop-Solo-D Besides Chance mit den Registers in der Schauspieler Michael Deller et Marvin. Chor-Kirms-T Séale-� gemaakt. Chor-Kirms-Tries für Eetwegen Kadern Vert Laws. Chor-Kirms-Train ourselves bei Professorucking John Lund-Le